Was ist das für ein Strahl? Das ist ja unangenehm. Wie lange bist du schon nicht mehr gefügelt worden? Hör auf, nicht schon wieder. Hallo, Jungs! Hallo! Oh, tut mir leid. Du solltest mit diesem Jean-René ins Bett gehen. Zeit für den Hausputz. Lass die Spinnenweben wegfliegen. Ich lebe heute Giraffe, den Cretan da. Socken in Sertal. Das ist ja so abgehört. Egal, deine Oma hat gesagt, spießig, fickt gut. Nein, dumm, fickt gut. Wir sehen uns erst am Wochenende. Noch drei Tage ohne Sex? Ich bin doch kein Tier. Komm mal. Lolo, was treibst du denn hier in meinem Bett? Eloi, mein Sohn. Jean-René, hallo. Jean-René? Echt krass, der Neuf von meiner Mutter. Na gut, in ihrem Alter kann sie nicht mehr wählerisch sein. Wie findest du ihn? Ich mag seine Ohren. Weißt du, die erinnern mich an meinen Lieblingstrickfilm. Welcher? Dumbo. Er ist nur geschmacklos gekleidet. Am besten wir gehen shoppen. Das ist ja auch nicht wirklich... Du kennst dich doch mit sexuell übertragbaren Krankheiten aus. Ja, das ist meine Spezialität. Keine Sorge, ich hab alles im Griff. Jean-René. Was ist das? Wie kommst du darauf, dass ich an zwei zwanzigjährigen langbeinigen Blondinen interessiert sein könnte? Ha! Oh, klar. Ist doch nicht meine Schuld, dass du nur irre hast. Ha! Wenn du endlich einen tollen Typen finden würdest, würde das dein beschissenes Leben ändern. was ich sweating nicht mehr? Ha! Ja. Untertitelung des ZDF, 2020